Über was ärgerst du dich am meisten in dieser Woche? Ja, über die vergebenen Punkte nach 2-0 Führung heute. Ich bin jetzt sehr, sehr gelassen, aber in mir drin Rumor schon. Wir führen 2-0 und ich verstehe nicht, warum wir das Spiel aus der Hand geben. Das ist einfach unnötig, gerade bei dem Lauf, den wir haben, müssen wir das einfach besser ausspielen. Ich gehe zum Duell mit dem Stürmer und er geht nach der anderen Seite von mir und das ist nicht gut. Das muss ich besser machen. Nach dem Spiel war ich sehr, sehr unzufrieden. Über was freust du dich am meisten? Ja, ich freue mich darüber, dass wir sieben Punkte geholt haben. Also ich glaube, das ist das, was sehr, sehr wichtig ist und was zählt. Wie wir das im Moment insgesamt als Team auffangen, ist, glaube ich, sensationell. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, dass es so läuft. Für Vidi freut es mich natürlich auch. Ja, kein Geheimnis, dass er ein sehr, sehr guter Kumpel von mir ist und dass er im Moment seine Leistung so abrufen kann, ist auch für uns so enorm wichtig. Und das freut mich natürlich auch. Ja. 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 Ja.